Wir sind 70 Sembomistried. Wir Brüder aus Graubünden, aus Chur kommen wir. Und wir sind jetzt hier in Berlin. Wir haben gedacht, wir wollen in eine Grossstadt. Wegen der Inspiration, Ausgang, Produzenten und coolen Studios. Wir haben einfach Bock gehabt, miteinander hierher zu kommen und Musik zu machen. Ich habe viele kreative Ideen bekommen durch alle Erlebnisse, die man hier hat. Oder durch Sachen, die man in der Schweiz weniger gemacht hat. Sie sah es alleine schon Velo fahren. Es gab gerade einen Velo-Song. Es inspiriert einfach alles unbewusst, was man in einem Song wiedergeben kann. Wir sind vier Songwriter. Jeder schreibt Songs. Jetzt sind wir in einem Status, wo man Feedback gibt. Wo man es Produzenten schickt. Wo man einfach so ein bisschen weiterkommt miteinander. Es sind schon viele coole Ideen rum. Und jetzt ist einfach wichtig, dass wir dranbleiben und weiter Gas geben. Und dass wir dann ein cooles Album den Leuten präsentieren können. Wenn wir jetzt wirklich Songs schreiben, die fangen, die wir live spielen können. Und die wir dann sagen, wenn wir es aufgenommen haben. Wow, das haben wir produziert. Komm, weiter so Jungs. So are you.